Zurück hier am Center Court, willkommen zur nächsten Partie hier bei der Co-Peaks Tour 2015. Wir kommen in die zweite Runde der Qualifikation bei den Herren. Ein K.O.-Spiel, der Sieger steigt auf in den Hauptbewerb. Der Verlierer muss sich leider jetzt schon vom Turnier verabschieden. Und hier kommen die beiden Teams. Er, meine Damen und Herren, ist 20 Jahre jung und ist 1,98 Meter in Genf. Und hier ist er zu Hause. Begrüßen Sie mit mir, Kentan Metraler. Sein Partner, 19 Jahre jung, er ist 2,02 Meter. Er ist in Zürich zu Hause. Begrüßen Sie mit mir, Michela Sandergen. Ihre Gegner, Sie spielen im Reiß. Er ist 29 Jahre jung, er ist 1,96 Meter. Ebenfalls in Zürich zu Hause. Heißen Sie willkommen hier in Locarno, Christian Busin. Der Partner, 30 Jahre jung, er ist 1,88 Meter. Er ist in Dümendorf, er ist zu Hause. Herzlich willkommen, Raphael Güler. Die Partie wird geleitet von The World Freedom 1, von Maika Rückenbacher. Und er wird assistiert von Claudio Prato. Willkommen in Locarno.